Ich erzähle euch jetzt die Geschichte von einem jungen Agrartechniker in Brasilien, der angefangen hat, Philosophie und Psychologie zu studieren und nachgedacht hat über die Landwirtschaft in Brasilien und der was verstanden hat. Der ist mit einem Stipendium von Brot für die Welt nach Deutschland gekommen, hat an der Uni Osnabrück promoviert und inzwischen ist er Professor an der Agraruniversität, an der Bundesuniversität Frontera do Sul und er hat wie kein anderer in Brasilien und in Europa, überall in Europa, vor den Folgen der Gentechnik gewarnt, für die Felder, für die Biodiversität, aber auch für die Bäuerinnen und Bauern in Brasilien, die verdrängt werden von Feldern, die 20.000 Hektar groß sind, auf denen nichts wächst als Gensoja. Und ich bitte ihn jetzt nach vorne, um uns zu sagen, was gerade abgehen in Brasilien und was unsere Pflicht ist. Antonio Andrioli, herzlich willkommen! Liebe Freundinnen und Freunde, ich muss mich sehr bedanken, dass ich hier so schön nett empfangen werde mit der Fahne der MST aus Brasilien. Liebe Dieter, liebe Uwe, liebe Martina und alle, die dazu sind, wir treffen uns hier am Donnerstag in Hamm. Ich bin etwas hier, um so etwas wie eine Hoffnungsimpfung zu bekommen. Ich brauche das. Man braucht so etwas, um durchzuhalten, wenn man sieht, dass so viele Jugendliche hier sind. Wenn man sieht, dass in diesen zehn Jahren so viel passiert ist. Wenn man sieht, dass die Julia Glockner, die sich gerade mit uns da drüben bei den Ministertreffen davor dem Auswärtigen Amt getroffen hat, doch auch sagt, vielleicht könnten wir eine Agrarwende anpacken. Ich sagte vor 15 Jahren dem Gerhard Schröder, Regierungen in Brasilien sind so wie einen Bohnentopf. Man muss richtig von unten aufheizen. Das ist, was hier stattfindet. Und deswegen sage ich das mit der Hoffnung, also mit der Hoffnungsimpfe, dass man nicht zum Unmut, zur Indifferenz resigniert. Wir müssen durchhalten, weil es sind so viele Leute, die sich jetzt für den Klimaschutz einsetzen, die eine andere Landwirtschaft wollen, die wahren Lebensmittel wollen. Und deshalb bin ich hier zu sagen, wir können jetzt etwas ganz Konkretes machen, das hat sich der Ministerin gesagt. Wir müssen dieses EU-Mercosul-Abkommen ablehnen. Wir müssen das stoppen. Und warum? Zunächst, weil wir mit so einer Regierung die Menschenrechte und Umweltschutz und Klimaschutz mit den Füßen tritt. Mit so einer darf man überhaupt kein Freihandelsabkommen abschließen. Zweitens, brauchen wir überhaupt noch mehr Autos? Brauchen wir überhaupt noch mehr Pestiziden in Brasilien? Das steht da drin. Als ob es nicht reichen würde, dass der Minister Gerd Müller schon in Brasilien im September war und er hat es vor Ort gesehen, wie im Amazonas gebrannt wird. Und das ist von Menschen gemacht. Das ist von Großgrundbesitzern gemacht, damit man dort weiter Land gewinnen kann. Und wozu? Damit man mehr Ethanol produzieren kann. Aus Zuckerrohr. Das ist bitte nicht nachhaltig. Denn beim Zuckerrohr haben wir eine der größten Einsätze von Pestiziden in Brasilien. Es sind im letzten Jahr zwei Millionen Menschen an Pestiziden vergiftet worden. Darunter 500 Babys. Also Kinder mit bis zwölf Jahren. Jeden zweieinhalb Tag stirbt ein Mensch in Brasilien an Vergiftungen von Pestiziden, die hier in Leverkusen und Ludwigshafen produziert werden. Und die hier verboten sind. Also, wir brauchen nicht mehr Pestiziden in Brasilien, bitte. Wir brauchen auch kein Milchpulver. Wir brauchen kein Käse aus Deutschland, aus Italien, aus Europa, die dann, weil hier zu viel produziert wird, unsere Milchproduktion vor Ort zerstört. Das ist das Problem. Und wir müssen raus aus dieser Futtermittelfalle. Wir brauchen nicht mehr Soja. Wir müssen weniger Soja produzieren. Wir haben schon eine Fläche so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Nur an Soja. Wenn man Eukalyptus, Zuckerrohr und Soja zusammenzählt, dann ist es ein und halbes Deutschland. Das brauchen wir nicht. Wir müssen weniger importieren. Wir müssen mehr auf Schwarzbohnen, Magno, Reis, Weizen setzen, das inzwischen reduziert wurde. Das ist eigentlich die Ernährungssouveränität eines Landes. Ich freue mich sehr, dass hier das Bewusstsein so gestärkt wurde. Und dass man hier von so einer Bewegung wieder zurückgehen kann und sagen kann, es gibt Menschen auf der Welt, die sich vereinen. Es gibt Menschen auf der Welt, die davon ausgehen, dass man sich nicht gegeneinander jetzt aufhetzen sollte mit so einem Abkommen. Im Gegenteil, auf beiden Seiten des Atlantiks werden die Bauern, die Konsumenten und die Natur nichts davon haben. Ich habe inzwischen verstanden, dass dieses Abkommen, das die meisten noch nicht mal lesen konnten, weil es ja immer noch geheim verhandelt wird, das wurde von großen Agrarkonzernen geschrieben und vor Konzernen geschrieben. Und Regierungen werden zugunsten dieser großen Interessen versuchen, es durchzusetzen und dagegen müssen wir widerstehen. Vielen Dank. Wir machen weiter. Wir haben Hoffnung. Wir werden nicht aufgeben. Weiter so. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.